So, dann wollen wir doch mal gucken, was es hier Feines gibt. Ähm, da fällt mir ein... Achso. Ich müsste mal... ...ne Fähigkeit lernen. Und zwar... ...wollte man ja diese hier lernen. So, weil ich brauche nämlich, glaube ich, diese Wasseratmung unbedingt. Deshalb muss ich das hier mal reinspecken. So ein bisschen. Weil hier kommen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter, ne? Obwohl, da hinten können wir durch. Gucken wir einfach mal. Was ist hier so? Boah! Ja, ich glaube... Ich glaube, den müssen wir irgendwie ins Wasser locken. Ähm. Oh. Ja, komm. Putt, putt, putt. Oder auch nicht. Ähm. Wie machen wir denn das? Aber. Hm. Ich gehe erst mal nach rechts, glaube ich. Wir gehen erst mal nach rechts und gucken mal, was wir da so finden. Okay. Wir müssen also erst mal nach links gehen. Hm. Oder wir ignorieren ihn einfach mal kackend reißt. Und haben keine Wasseratmung. Ah, doch. Ah. Wir können jetzt komischerweise unter Wasser atmen. Das ist interessant. Aber nur kurz. Hallo. Ähm. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Also das Ding hier geht schon mal nicht, ne? Kommt hier auch nicht ran. Ne. Der bricht... Der bricht vorher ab. Wie kommen wir denn da hin? Hm. Ne. Das geht wirklich nicht. Der kommt hier nicht rein. Hier bin ich. Komm her. Hm. Wenn wir unten durchgehen. Oh. Das ist ja cool. Der Sound ist sogar leicht gedämpft. Aber schnell. Ah. Wir können auch schnell schwimmen. Mit Leertaste. Also mit A in dem Fall. Oh. Hm. 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 Das muss man hier speichern. So. Ähm. Aber wie kommen wir denn jetzt... Wie kommen wir denn jetzt da weiter? Gar nicht, ne? Ah. Aua. Ich kann das oben nicht zerstören. Normalerweise. Gucken wir mal, was wir hier unten noch so finden im Wasser. Irgendwo muss es ja einen Weg geben. Gauen wir mal. Warte mal, ich muss ja mal eine kurze Pause machen. Wegen der Luft. So. Oh, geh weg. So. Mal runter. Was ist denn hier? Hier ist nur so eine kleine Luftblase. Okay. Da unten ist auf jeden Fall was. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir diese Stämme da zerstören. Wenn wir die überhaupt zerstören können. Hier. Lustige Dinge. Da ist ein bisschen Wasser. Wasser. Luft. Zack. Aua. Ähm. Ich hier nochmal. Äh. Luft holen wollte ich eigentlich. Hm. Ich glaube, das kann man so nicht zerstören, ne? Achso. Ich wollte da hoch. Oh. Aua. So. Dann hier lang. Luft holen. Wieder runter. Luft holen. Luft holen. Auf jeden Fall ist da Luft. Das ist wichtig. So. Aua. Ah. Eins von zwei. Weichen. Hm. Oh, oh, oh. Äh. Luft. Oh. Guck ich da unten durch? Ja, ne? Guck ich durch. Ich gucke aber erstmal, was hier oben ist. Aua. So. Wir kommen auf jeden Fall ja hier lang. Aua. Ah. Aua. Aua. Scheiße. Pist. Uah. Mal das Ding. So. Dann können wir wieder hier runter gehen. Muss ich drüber speichern. So. Würde ich sagen. Wir versuchen mal unser Glück gleich. Mal. Krass Luft holen. Schnell, 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 schnell. Kartenfragment. Das brauchen wir nämlich sowieso. Okay. Ach so, da kam ich ja nicht weiter, ne? Also, ich speichere nochmal kurz hier ab. Nicht, dass wir irgendwie failen wieder. So, Moment. Los geht's. Ui. Ui. Ähm. Das schaffen wir locker. So. Äh, Luft, Luft, Luft. Oh, scheiße. Ah, Luft. Gute Luft. Was ist denn hier? Leuchtelöffel? Ne. So, hier runter. Aua. Du musst vorsichtig sein, ich bin nämlich gleich tot. So. So. Oh, mit EP hier. Nein. Wir sind sofort tot. Scheiße. Verdammt. Verdammt. Aua. Luft holen gehen. So. Leider hier nicht sprinten. So, warte mal. Den Fisch hole ich mir nochmal. So. Speichern. Und dann. Ich werde was probieren, aber ich kann hier, ne, ich kann hier nichts machen, ne. Egal, wir kloppen mal hier das Ding rein. So, so. Dann ist hier rechts offen. Und jetzt würde ich mal fix, äh, auf die andere Seite laufen. Und mal gucken. Wegen dem Kartenfragment. Das sollen wir ja da irgendwie einsetzen. Äh. Äh. Ja, genau. Äh. Links kann man ja eh nicht weiter. Ich gehe trotzdem mal kurz gucken. Warte mal. Weichern. Ne, kommen wir nicht durch. Hm. Gut, dann. Gehen wir halt mal hier lang. So, einmal gespeichert. So, dann. Gehen wir hoch. So. Irgendwie so. Oh, da ist ein Baum. Ilo, der kräftigste der Geister. Der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier. Verwandelt in einen Stammbaum. So. Mit Stärke, das scheint mir ja was zu sein, wo wir was zerstören können. Könnte also sein, dass jetzt dieses Teil ist, wo wir durch die Brücken kommen. Oder Brücke. Also durch solche gebrochenen Dinger. Du hast stampfen erlernt. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen. Und dann M drückst, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Ah, ja. Ah, das ist doch cool. Verspeichern. Können wir mal direkt hier verwenden. So, pum. Hatsache. So, ja wunderbar. Ach so, der muss mich hier rausschießen. Vielen Dank. Hm. Gut, ich gehe mal hier weiter. Nach oben geht es nicht. Okay. Ähm, das heißt, ich kann jetzt hier drauf. Aha. Ah, cool. Okay. Da ist eine Türe. Oh nein. Okay. Das ist ziemlich nice. Jetzt wissen wir also auch, wie wir diese kleinen Mistvieche da kaputt machen können. Weichern. Oh. Kostet auch nisch, glaube ich. So. Ah ja, ist immer wieder hier. Okay. Würde ich gerne mal was gucken. Okay. 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 Ich wusste es. Wie kommen wir denn da hoch? Ach, okay. So vielleicht? Hey. Wie kommen wir da hoch? Ich würde wirklich gerne mal da hochkommen, aber ich glaube, dass das nicht geht. Hm. Na gut, dann gehen wir halt hier durch. So. Was ist eigentlich hier unten? Wow. So. Mal kurz Luft holen. Einmal. So. Denn wir müssen ja jetzt auch das Wasser mit einbeziehen. Ne, das geht nicht. Okay. Ja, dann weiß ich nicht, wie es da reingeht. Ähm. Na gut, ist auch nicht so schlimm. Jetzt können wir aber auf jeden Fall hier links lang gehen. Ich speichere mal hier. Hallo, mein Freund. So. So, erledigt. So. Dann können wir jetzt also hier reingehen. Ähm. Ähm. Oder auch nicht. Kann das sein, dass wir erstmal irgendwie das Wasser hier ablassen müssen? Frage ist nur, wie. Ah, da habe ich noch irgendwas gerade gesehen. Warte mal. Nein. 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 Ach, ich bin aber doof. Besse. Hä? Also. Aha. Ich wusste es doch. So. Komm. Du hast eine Fähigkeitssäule gefunden. Jetzt. Ab, 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 ab. So. Ähm. Und nun? Ja, das geht doch nicht hier. Was ist um das Ding im Weg? Ähm. Ähm. Da müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Oder auch nicht. Hä? Ist das hier? Nee. Auch nicht? Hier irgendwas? Nee. Wie kommen wir denn da... Hm. Wie kommen wir denn da jetzt weiter? Ah, warte mal. Ich sehe was. Nee. Ich dachte, man käme hier vielleicht so durch. Aber ist nicht. Tja. Tja, tja, tja. Geht es hier oben weiter vielleicht? Ist vieles wieder da. Oder es war nur so ein kleines Secret quasi. Ich habe eh schon gefragt, ob es hier irgendwelche Secrets gibt. Wahrscheinlich ist das so eine Art Secret. Oh. Ähm. Okay. Ich habe eine Idee. Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber der respawnt auch nicht so schnell. Nee, glaube ich. Aber ist auch Quatsch. Hm. Dann vielleicht hier unten. Mal kurz die Viecher hier töten. So. So. War denn hier noch irgendwas? War denn hier noch irgendwas? Park mich gerade. Okay. Ach, sagt bloß. Das hat so eine große Reichweite. Ich raste aus. Oh nein, ich muss hier raus. Ach, nee, muss ich nicht. Oh, zum Glück. Uh. Hier, aber da hochkommen wir, glaube ich, sowieso nicht. Nee, kommen wir nicht. Aber wir haben das Wasser abgelassen, ne? Ja, top. Wunderbar. Da gehen wir jetzt mal ganz geschmeidig wieder zurück. So. Ja, manchmal sind die Wege eben unergründlich. So. So. Komm. Aua. Aha. Ich. Nein. Oh. Okay, wir müssen das nochmal machen. Wir wissen das wie. Wenn ich trotzdem nochmal hier töten. Aua. Weg von mir. Geht alle weg von mir. Oh. Nicht beißen, sondern nett sein. Schön lieb sein. So ein kleines Licht. So, Ori. Oh. Oh. Also einfach mit zwei Fingern, äh, einen Controller zu bedienen. Muss ja quasi A gedrückt halten, um schnell zu schwimmen und gleichzeitig, äh, Ding. Wenn. Ah. Das gute Wasser. Musik Musik